Es ist relativ schwierig zu beurteilen, wie viele Menschen tatsächlich bei Wikipedia mitmachen. Man weiß, wie viele so eine Bearbeitung pro Monat machen. Das sind ungefähr 20.000. Die, die etwas mehr Bearbeitung machen, also 5 oder mehr, die schon etwas aktiver sind, das sind ungefähr 5.000 bis 6.000. Das sind gar nicht so viele. Das ist richtig, bei über zweieinhalb Millionen Artikeln ist das eine relativ geringe Anzahl. Also es gibt für diejenigen, die es wissen wollen, gibt es auch in der Wikipedia eine Wikipedia-interne oder eigene Statistik. Und diese Statistik ist so transparent, dass man nachsehen kann, wie viele Nutzer haben wie viele Beiträge in welcher Zeit geleistet. Wobei man sagen muss, da es ein offenes System ist, schwanken diese Zahlen natürlich. Es kommen Menschen dazu. Es steigen auch wieder Leute aus. Nicht etwa, weil sie keine Lust mehr haben, sondern weil sie vielleicht sagen, ich habe es jetzt zehn Jahre gemacht und nun reicht es mir auch. Wir brauchen eben beides. Wir brauchen aktive Menschen, die Dinge organisieren, verwalten, vielleicht auch für Menschen da draußen aufbehalten und jede Person, die auch nur eine Kleinigkeit sieht, eine Korrektur vornehmen möchte, die einfach auf den Bearbeitung drückt. Musik